Avocado Leute, im folgenden Aufsatz werden wir uns mit einem hochaktuellen und kontroversen Thema auseinandersetzen, Kernenergie. Diese ist ein Schlüsselaspekt in der globalen Energieversorgung und wird gleichermaßen für ihre Chancen und Risiken diskutiert. Die kontroverse Debatte um Kernenergie erstreckt sich über verschiedene Aspekte, darunter Sicherheitsbedenken, Umweltauswirkungen und nukleare Auf- und Abrüstung. In diesem Aufsatz werde ich die kontroversen Standpunkte beleuchten und versuchen, ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen zu entwickeln, die mit der Nutzung von Kernenergie verbunden sind. Also lasst uns gemeinsam in dieses brisante Thema eintauchen und die verschiedenen Perspektiven erkunden, die diese Debatte prägen. Ich werde aller Voraussicht nach eine Serie zu diesem Thema gestalten mit insgesamt sechs Episoden. Der Schwerpunkt der heutigen Episode liegt dabei auf der Geschichte der Kernenergie. Auf zum Atom, ich meine Auf zum Atom, das soll das Motto der folgenden Videoserie werden. Der historische Hintergrund der Kernenergie Die historische Reise der Kernenergie ist eine faszinierende Erzählung von wissenschaftlicher Entdeckung, technologischer Innovation und geopolitischem Einfluss. Diese Form der Energie hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Verlaufs des 20. und 21. Jahrhunderts gespielt und alles von Kriegen bis zur Stromerzeugung beeinflusst. Um ihre Bedeutung wirklich zu schätzen, müssen wir in die historische Vorgeschichte der Kernenergie eintauchen und ihre Ursprünge vom frühen 20. Jahrhundert bis zum heutigen Tag verfolgen. Die Geburt der Kernphysik Die Geschichte der Kernenergie beginnt mit dem Aufkommen der Kernphysik als eigenständigem Forschungsfeld. Im frühen 20. Jahrhundert wurden die Geheimnisse des Atoms nach und nach enthüllt. Die bahnbrechende Arbeit von Physikern wie Ernest Rutherford und Niels Bohr legte die Grundlage für das Verständnis der atomaren Struktur. Rutherfords Experimente mit Alpha-Teilchen führten zur Entdeckung des atomaren Kerns, eines winzigen, dicht gepackten Kerns innerhalb des Atoms. Das Konzept der Kernspaltung, bei dem der Kern eines Atoms in zwei kleinere Kerne aufgespalten wird und dabei eine enorme Menge Energie freigesetzt wird, wurde erstmals Ende der 1930er Jahre von Lise Meitner und Otto Hahn theoretisch formuliert. Dieser theoretische Durchbruch sollte später zum Eckpfeiler der Energie werden. Das Manhattan-Projekt und die Atombombe Der Zweite Weltkrieg markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Kernenergie. Das Manhattan-Projekt, ein streng geheimes Forschungs- und Entwicklungsprogramm der USA, wurde 1939 mit dem Ziel gestartet, eine Atombombe zu entwickeln. Unter der Leitung von Wissenschaftlern wie Robert Oppenheimer und Enrico Fermi nutzte das Projekt die Kraft der Kernspaltung, um verheerende Waffen zu entwickeln. Im Jahr 1945 testeten die Vereinigten Staaten erfolgreich die erste Atombombe in New Mexico. Kurz darauf wurden zwei Atombomben über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki abgeworfen, was zum Ende des Zweiten Weltkriegs führte. Die zerstörerische Kraft dieser Bomben unterstrich das Potenzial der Kernenergie als Massenvernichtungswaffe. Der Kalte Krieg und die nukleare Proliferation Nach dem Zweiten Weltkrieg traten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion als Supermächte auf und leiteten das Zeitalter des Kalten Krieges ein. Das Wettrüsten im Bereich der nuklearen Waffen zwischen diesen beiden Nationen verschärfte sich und führte zur Verbreitung von Atomwaffen. Die Angst vor gegenseitiger Zerstörung wurde zu einem zentralen Thema des Kalten Krieges, da beide Seiten gewaltige Arsenale von Atomwaffen ansammelten. Gleichzeitig wurden die friedlichen Anwendungen der Kernenergie erforscht. Das Programm Adams for Peace, das 1953 von US-Präsident Dwight D. Eisenhower eingeführt wurde, hatte zum Ziel, die Verbreitung der Kerntechnologie für zivile Zwecke wie die Stromerzeugung und die medizinische Forschung zu fördern. Diese zweifache Natur der Kernenergie mit ihrem Potenzial für sowohl Zerstörung als auch Fortschritt prägte einen Großteil des 20. Jahrhunderts. Die Expansion der Kernenergie für friedliche Zwecke Während der Nachkriegszeit starteten zahlreiche Länder Kernenergieprogramme für friedliche Zwecke. Das erste zivile Kernkraftwerk, Experimental Breeder Reactor 1, wurde 1951 in den Vereinigten Staaten in Betrieb genommen. Es sollte die Machbarkeit der Stromerzeugung aus Kernspaltung demonstrieren. In den folgenden Jahrzehnten verbreiteten sich Kernkraftwerke auf der ganzen Welt, da Nationen versuchten, ihren wachsenden Energiebedarf zu decken. Die Kernenergie bot mehrere Vorteile, darunter eine stabile Stromquelle und eine verringerte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Insbesondere Frankreich griff auf die Kernenergie in großem Umfang auf und baute einen erheblichen Teil seiner Stromerzeugungskapazität durch Kernkraftwerke auf. Tschernobyl und Three Mile Island – Rückschläge für die Kernenergie Die Kernenergie war jedoch nicht ohne ihre Herausforderungen und Rückschläge. Die Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 und der Unfall von Three Mile Island im Jahr 1979 waren zwei spektakuläre Vorfälle, die einen Schatten über die Nuklearindustrie warfen. Insbesondere die Tschernobyl-Katastrophe führte zur Freisetzung großer Mengen radioaktivem Materials und hatte weitreichende gesundheitliche und Umweltauswirkungen. Diese Vorfälle führten zu Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Kernenergie und zu einer verstärkten Regulierung und Überwachung der Branche. Kernenergie im 21. Jahrhundert Im 21. Jahrhundert steht die Kernenergie vor einer komplexen Lage. Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit sauberer, zuverlässiger Energiequellen haben das Interesse an der Kernkraft wiederbelebt. Fortschritte in der Reaktorkonstruktion, Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgungstechnologien haben viele der Bedenken angesprochen, die aus vergangenen Unfällen resultierten. Die Kernenergie steht jedoch auch vor Herausforderungen. Die öffentliche Wahrnehmung der Kernkraft bleibt gemischt, wobei Sicherheit und Entsorgungsfragen erhebliche Bedenken darstellen. Die Kosten für den Bau und die Instandhaltung von Kernreaktoren können hoch sein und der Wettbewerb mit anderen Energiequellen wie erneuerbaren Energien hat zugenommen. Darüber hinaus bleiben die Probleme der nuklearen Verbreitung und die Möglichkeit, dass Terrorgruppen nukleares Material erlangen, globale Sicherheitsbedenken. Fazit Der historische Hintergrund der Kernenergie ist eine komplexe und vielschichtige Geschichte. Sie begann als wissenschaftliche Neugierde und entwickelte sich zu einer mächtigen Kraft mit der Fähigkeit, die Welt sowohl durch zerstörerische als auch durch konstruktive Mittel zu verändern. Vom Beginn der Kernphysik über die Entwicklung von Atomwaffen während des Zweiten Weltkriegs bis hin zu den friedlichen Anwendungen der Kernenergie und den Herausforderungen und Rückschlägen der folgenden Jahrzehnte ist die Reise der Kernenergie ein Zeugnis für den menschlichen Erfindergeist und die ethischen Dilemmata, die entstehen, wenn Wissenschaft auf Geopolitik trifft. Während wir uns im 21. Jahrhundert bewegen, bleibt die Kernenergie ein Thema der Debatte und Erkundung. Ihr Potenzial zur Bereitstellung sauberer Energie im Einklang mit den fortlaufenden Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Entsorgung von Kernabfällen und nuklearer Verbreitung. Der historische Hintergrund der Kernenergie dient als Hintergrund für diese zeitgenössischen Diskussionen und erinnert uns an die anhaltende Bedeutung und Komplexität dieser mächtigen Energieform. Und das war es auch schon mit Episode 1 von meiner Videoserie Auf zum Atom, Steinobst und Kernenergie Wir sehen uns bei Episode 2 Bleibt sauber und unverstrahlt Nimmer dran denken, nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist Avocado over and out Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen